Okay, hier ist er wieder, The Void Doctor, mit Phantasy Star 3. Let's play! Wir sind hier gerade in der Stadt von Ilion, und unser allerliebster Prinz Rhys ist immer noch auf der Suche nach seiner Verlobten, die von fliegenden Ungeheuren entführt wurde. Und während er hier jetzt seine Wut an diesen Eindonz-Ratten-Viechern auslässt, überlegen wir mal, was wir jetzt noch machen müssen. Ah ja, genau. Es gibt einen Weg, in eine komische Höhle reinzukommen, wenn ich mich richtig entsinne, ist ja schon eine Weile her. Dafür brauchen wir einen Saphir, und diesen Saphir kriegen wir nur, indem wir ein Boot nehmen, das wir nur kriegen, weil wir jetzt diese Roboter-Lady hinter uns haben. Und jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo das ist. Ach komm, hier Viecher geht mir auch auf den Geist, wisst ihr das? Oh ja, wow, ey. So, aber glücklicherweise... Jep, hier ist nichts Ungewöhnliches. Haben wir ja dieses tolle Item, das wir verwenden können. Nämlich den... Monitor. Und dank diesem Monitor wissen wir jetzt doch ungefähr... Ja, genau. Da ist es. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wo dieser komische Greis ist, der uns ein Boot geben soll, damit wir da rüberfahren. Und vielleicht ist das ja schon ein Alien. Ja, ich stehe mitten auf der Brücke, aber hier ist auch alles Wiese. Wir sollten ja mal das Unkraut rausholen. Dann bringen wir uns mal schnell hinter uns hier. So. Ah, Mjö ist aufgestuft worden. Ein Level mehr für uns. Nach diesem kurzen Ausflug in die Sinnlosigkeit draußen... Ach klar, einen Zentimeter von der Stadt entfernt, überfallet uns noch. Ein selbstmörderisches Küken und eine selbstmörderische blaue Ratte. Ei, ei, ei. Ich hoffe, der Rest geht weiter hier. Okay, back in Illion. Suchen wir jetzt mal nach Hinweisen auf diesen komischen Clown. Äh, der möglicherweise uns dorthin transportiert, wo wir einen Saphir kriegen können oder so ähnlich. Naja. Ich muss sagen, da muss man sich ganz schön anstrengen, nur bloß in meine Höhle reinzugehen. Oh, hier ist ja schon einer, den ich ansprechen könnte. Warte. Meint er jetzt mich oder sie? Wir sehen eigentlich beide aus, wie Lajana. Zur Information, das fliegende Fiel hier am Anfang... Ah, ich sah einen Drachen eine Frau nach Osten tragen. Jep, da müssen wir hin. Sie sind in der Höhle und kamen nicht mehr raus. Und wir können nicht in diese Höhle rein, weil wir haben keinen Saphir. Naja, gut. Aber da sieht man schon, wie dumm dieser eine Knilch ist. Wie kann man bitte schon einen Drachen mit einer Rothaarigen verwechseln? Ja, ich weiß. Es gäbe eine Möglichkeit, aber das ist mir zu billig. Ne, danke. Okay. Jetzt muss ich mal einen Augenblick überlegen, wie wir hier... ...ähm... ...weiterkommen. True. Hm. Okay. Wenn man nicht weiter weiß, alle anquatschen. Das hilft in solchen Spielen immer. Jetzt müssen wir das nur überleben. Wenigstens sind die noch nicht so herausfordernd. Jetzt nicht mehr. Und ich sehe gerade, einer von uns ist vergiftet. Wie kann man eigentlich einen Roboter vergiften? Na, Menü, Menü. Genau, hier. Das P steht für Poison. Das bedeutet, sie kann nicht mehr geheilt werden. Na gut. Macht mehr Sinn als langsam zu sterben, aber auch nicht sehr viel mehr. Lässt sich wahrscheinlich drüber streiten. Sondern nur eine nette Abwechslung. Das Gift in diesem Spiel anders funktioniert als an allen anderen. Und... Hey, da ist doch ein Bull. Wo kommt das denn her? Taucht das auf magische Weise auf, sobald ich die Lady gefunden habe? Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern hier. Ich denke, ich übernachte vorher erst mal, um sicher zu gehen, dass mir nichts Schlimmes passiert. Was war das nochmal? Fass war, glaube ich, übernachten. Ah, hey. Ansprechen geht so. Oh, Mann. Ah, nee. Das ist... No. Mal hier raus. Bevor ich versehentlich meine ganzen Sachen verscherble. Nein, das war die Karaffe oder das Fass oder der Bierkrug. So, genau. Dann kann ich auch gleichzeitig speichern. Aber nachdem ich das getan habe, machen wir mal weiter hier. So, jetzt rennen wir hier wieder raus. Ah, ja. Und versuchen mal hier an Bord zu gehen. Oh, da müssen wir erst mit jemandem sprechen. Naja. Wir dürfen in Häuser reinrennen und dort alles rausklauen. Aber wenn wir so ein Mutter, Boot, Muttersehen allein irgendwo sehen, dann müssen wir erst die richtige Person dafür finden. Das ist logisch. Ach, ja. Und dann ist es der Knilch vielleicht sogar schon, ne? Welcome aboard. Was? Tatsächlich? Die erste Person, die ich anspreche. Ah, ja, klar. Da ist jemand in der Höhle irgendwo auf der Insel. Ich hab gehört, der hat irgendwas geklaut. Genau. Und das hilft uns jetzt auch. Ah, ja. Wow, ey. Na ja, ein Unterwasserpalast. Yep, den sehen wir da unten. Die alte Legende sagt, dass das böse Dark Force Ungetüm dort irgendwo eingesperrt ist bei dem Schwert von Orakio. Ja, genau. Jetzt geht's erstmal weiter. Und wir sind auf einer Insel, auf der wir nicht speichern können, also müssen wir aufpassen hier. Nun, hier haben wir wieder eine Höhle. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier reingehen können. Ah, ja, wir können hier reingehen. Okay, unser erster Dungeon. Hat ja auch eine Weile gedauert. Das ist doch erst das sechste Video. Oh, jetzt haben wir auch rote Ratten mit neuem Namen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen vorsichtiger sein. Oh, und wir können einen Schadenspunkt mehr verursachen. Ja, nach einer Runde sind die meisten schon tot. So schlimm ist das also anscheinend nicht. Habe ich eigentlich daran gedacht, mich mit Esker Pipes und dergleichen auszurüsten. Sonst müssen wir nämlich den ganzen Weg wieder hier zurücklatschen. Das wäre nicht so lustig. So. Und hier? Jupp, wir haben eine Esker Pipes. Dann können wir hier nämlich abhauen. Und das müssen wir wohl auch weichen, wenn wir jemanden reingelatscht, der vergiftet ist. Das war wahrscheinlich nicht besonders schlau. Jetzt schauen wir uns mal hier oben um. Oh, wieder dasselbe. Ah, toll. Jetzt sind wir beide vergiftet. Na gut. Nutze ich die Gelegenheit mal um ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und dann machen wir später weiter mit der Story. Und Geld können wir hier zumindest sammeln. Die Viecher bringen mir ihr Geld. Hey. Wir müssen eine ganze Menge reiche Leute abgeschlachtet haben, diese roten Ratten. Oder purpuren Ratten oder was auch immer. Ach komm. Langsam wird es ein bisschen albern. Wenn das so weitergeht, muss ich ja noch kniehoch durch tote Ratten durchstapfen. Hallo, Sris. Was ist deine psychopathische Wut an den Viechern, Haus? Ja, ja. Morden macht stärker. Hier. Naja, kaum ein Schritt gegangen und weiter geht's. Oh, diesmal ist es umgekehrt. Zwei rote und eine blaue Stadt. Eine blaue und zwei rote. Oh, ja. So weiter geht müssen wir uns das erste Mal, wenn die richtigen Viecher ankommen, zurückziehen. Naja. Dann sind wir ohnehin normalerweise... Oh. Hier ist wieder aufgestuft worden. Ah ja, selbst Roboter können lernen. So. Oh, war ja... Jetzt wird's ernster. Jetzt müssen wir die Viecher ja fertig machen. Zwar so schnell wie möglich. Ah ja, der vergiftete wurde nochmal vergiftet. Ah, das Viech hat uns gebissen. Autsch. Und es beißt uns nochmal. Aber dann ist es auch erledigt. Ha. Wir haben dafür 41 Miseten gekriegt. Och, kommt, Leute. Und nochmal, Rattenmonster, deine. So langsam gehen unsere Trefferpunkte dem unteren Rand entgegen. Wenigstens komme ich nicht in Versuchung länger zu bleiben und Heilgegenstände zu verbrauchen. Denn dafür fehlt mir ja das. Na gut, ich könnte Gegengift von ihm benutzen, aber ab diesem und diesem Zeitpunkt wäre das ein bisschen dumm. Normalerweise rennt man sowieso erst durch einen solchen Dungeon durch, sammelt alle Schätze ein, flieht und kommt dann nochmal zurück und rennt direkt zum Endboss. Oh, okay, dann jetzt müssen wir, jetzt sind wir wahrscheinlich nochmal stark genug, diese Ratten und ihren komischen Hundeboss da abzuh- Autsch. Okay. Ich sehe schon, das ist ernsthaft. Oh, das war knapp, das war knapp. Oh, wow, ey, wir sind beinahe umgekommen hier. Aber mit ein bisschen Kratzen, Klauen, Beißen und Messer benutzen haben wir es nochmal geschafft. Tja, gut. Jetzt sind wir fast tot. Äh, darum benutzen wir die Esker-Pipe und beamen uns zurück. Zwar nur zurück an den Eingang, aber wir müssen ja auch nur bis zu dem Boot kommen. Dachte ich zu mir zumindest. Ach, komm. Autsch. Okay, das war keine gute Idee. Ups. Hier ist das Boot. Okay, unser Appartoy ist gerade bewusstlos geworden. Ah je, das hätte besser sein können. Ah ja, das hätte viel besser sein können. Na gut, gehen wir mal extensiv heilen. Ah ja, das hätte femininsp单.